hallo zusammen heute erzähle ich euch etwas über briefecken briefecken habe ich schon immer sehr gerne benutzt wenn ich eine tischdecke genäht habe weil ich dann unten drunter einen schönen sauberen abschluss hatte oder ich habe es auch schon mal benutzt für t shirts an der seite wenn ich da einen schlitz reingemacht habe dass ich da einfach das sehr elegant in die ecken umgeklappt beziehungsweise vernäht habe ohne dass das einen dicken knubbel gibt und ich habe jetzt mal zwei briefecken für euch vorbereitet und zwar einmal diese hier die unterscheidet sich kaum von der anderen die ich euch gleich zeige da ist noch ein fädchen dran nämlich diese hier aber es sind zwei unterschiedliche herangehensweisen und eine dritte möchte ich euch auch noch gerne zeigen dann könnt ihr hinterher selbst entscheiden wie ihr eure briefecken gestalten wollt ich habe hier ein stück stoff genommen ich hatte einfach noch ein großes stück übrig das ist 47 x 36 cm groß und ich habe auch sehr gerne einfach mal ein karo genommen weil ich an dem karo mich sehr gut orientieren kann das erste platzdeckchen oder wofür man das sonst benutzen möchte habe ich an den rändern mit knapp einem zentimeter umgebügelt einfach ein karo und das habe ich rundum gemacht weil das ist praktisch die nahtzugabe die hinterher in dem saum verschwindet so und als ich das fertig hatte bin ich hingegangen und habe dann noch mal zweieinhalb zentimeter umgebügelt und zwar auch einmal rundum weil das praktisch mein maß ist wie lang oder wie groß ihr euren saum macht das bleibt euch selbst überlassen ihr könnt in zweieinhalb ihr könnt in drei ihr könnt in vier zentimeter machen je nachdem wo nach euch gerade ist so jetzt zeige ich euch die erste briefecke also ich habe ja jetzt hier einmal so umgebügelt falsch erstmal so und dann noch mal so das heißt ich habe hier an der seite so ein kleines quadrat wo so praktisch mehrere lagen stoff übereinander sind ich falte das jetzt auf und dann lege ich mir jetzt einfach mal ein lineal hier dran am besten nimmt man vielleicht ein patchwork lineal falls ihr das haben solltet und legt das praktisch so an dass sie hier oben so ein gleichseitiges dreieck hat das kann man vielleicht einfacher haben wenn man es richtig andersrum legt so um nämlich dann könnt ihr über die kante hier praktisch nach rechts und nach links etwa die gleiche entfernung sehen wenn ich das jetzt so hin lege habe ich von der mitte aus vier zentimeter nach rechts und vier zentimeter nach links müsst ihr aber nicht so machen könnt ihr aber ich habe jetzt gedacht vielleicht ist das eine gute variante um einfach mal ein einstieg zu finden so dann geht man hin oder kannst könnt ihr hingehen und euch da einfach mal eine linie hinkreiben das ist hinterher die naht die wir nähen so jetzt gehen wir hin und klappen das übereinander praktisch wie beim einfachsten kleid der welt in der diagonale so dass die karos jetzt hier an den seiten so ein bisschen aufeinander liegen und dann kann ich hingehen und einfach hier mir ein zwei stecknadeln stecken und sagen das ist jetzt meine nahtlinie das ist die nummer eins habe ich schon erwähnt dass ich das nicht versäubert habe weil das hinterher in die nahtzugabe kommt wenn nicht dann habe ich jetzt getan so das ist die eine art der briefecke die ich euch zeigen möchte die andere geht fast genauso nur mit dem unterschied dass man dabei die nahtzugabe aufklappt der vorteil ist dann hinterher ich finde das so dass es schöner aussieht aber das muss man einfach ausprobieren so wie es einem selber am besten gefällt auch hier gehe ich jetzt einfach mal hin und lege mir das lineal so hin und da ich ja karos habe kann ich mich nach den karos richten hatte da sind wir ein bisschen mehr weil ich habe ja auch ein bisschen größeren ein größeres stückchen stoff so ich richte mich ein bisschen nach den karos aus so und meine da auch meine linie an in dem falle gehe ich hin und nähe nur bis zum rand der nahtzugabe und nicht durch die klappt sich dann hinterher schön ein auch hier gehe ich hin und falte mir wieder so ein dreieck und stecke mir zwei stecknadeln über die ecken also praktisch hier an der nahtlinie entlang ich gerade so ein paar dicke stecknadeln aber das ist ja nicht so schlimm so und das gehen wir jetzt nähen bis gleich zuerst nähen wie die ecke wo die nahtzugabe schon umgeschlagen ist also praktisch gleich so dass man es hinterher verarbeiten kann ich stecke steche die nadel genau vorne an der ecke ein ganz klein bisschen muss ich das noch korrigieren so dann kann ich auch die erste nadel schon rausnehmen ich habe eingestellten 2,5 stich mit der mitte und ich habe das klarsicht füßchen genommen damit man sehen kann wo ich nähe jetzt vernäht die maschine ein kleines bisschen und näht dann einfach vorwärts praktisch bis zum ende von dem karo so und jetzt mache ich einfach mal den rückwärts schritt damit dass eine ecke auch schön vernäht ist und schneide einfach ab das ist schon die ganze hexerei für die erste seite die zeige ich euch hier jetzt nehmen wir gleich die zweite seite dazu und den rest machen wir gleich am tisch wieder jetzt nähe ich die seite wo ich die nahtzugabe aufgeklappt habe und stecke jetzt oder steche jetzt die nadel praktisch am rande der nahtzugabe ein und nähe im grunde genommen genauso bis zum rand ich glaube ich habe nicht ordentlich gesteckt das gucken wir jetzt so und das ist jetzt genäht und jetzt gehen wir an den tisch und dann zeige ich euch wie es weitergeht so das ist jetzt die naht wo die nahtzugabe umgeklappt ist und hier ist die naht wo ich die nahtzugabe offen gelassen habe jetzt gehe ich einfach frech weg hin und schneide das ab hier unten ein klein bisschen enger so an der naht hier unten schneide ich ein bisschen enger und oben schneide ich ganz normale nahtzugabe das könnt ihr machen wie ihr wollt das ergebnis muss euch nur gefallen dann falte ich so ein klein bisschen die nahtzugabe auseinander und drehe das ganze um gehen wir hier einfach mit dem kugelschreiber rein und hole mir noch die kleine spitze hier vorne mit der schnee knödel raus so voilà die erste briefecke kein hexenwerk aber ich finde es sieht ganz schick aus also mir gefällt so eine briefecke immer sehr gut jetzt kümmern wir uns um die andere seite wo ich die nahtzugabe praktisch nicht berücksichtigt habe und schneide auch da einfach beherzt mal weg natürlich die fäden auch die übrig gebliebenen fäden sonst kommt die nahtpolizei die fadenpolizei kennt ihr schon von mir den spruch auch hier klappe ich bzw hier klappe ich jetzt erstmal die nahtzugabe um klappe mir das auseinander und auch hier drücke ich mir die die ecke schön raus eigentlich ist das meine lieblingsbriefecke aber wenn man nicht genau näht kann das schon mal passieren dass die nicht so toll wird dann muss man unter umständen trennen aber ich glaube es ist gut gegangen einen kleinen versatz habe ich drin seht ihr hier die ist auf der anderen seite schöner geworden warte moment wo ist denn die die ich gerade genäht hatte die sitzt so ein ganz klein bisschen genauer auf den karos es ist die rückseite also ich finde man kann es tolerieren so und wenn man jetzt hingehen möchte und möchte das fertigstellen dann geht man einfach hin und setzt einen rand hier mit so 3,5er stich rund um ich würde dazu jetzt meinen kanten steppfuß benutzen weil man dann immer genau den gleichen abstand zum rand hat und das jetzt einfach mal absteppen das würde ich jetzt gleich im nächsten gang machen und zeig euch das mal jetzt sind wir in der nähmaschine ihr seht ich habe den kanten steppfuß schon eingesetzt ich habe die nadel zwei kleine stücke nach rechts gestellt die länge nahtlänge auf 3,5 und ich habe mir den unterfahrt nach oben geholt das hat den grund dass ich jetzt am anfang nicht vernähen möchte weil ich ja auf der rückseite nähe und wenn ich das am anfang vernähe kann das passieren dass ich hier vorne so kleine schlinge habe das würde mir nicht gefallen deswegen lasse ich jetzt den unterfahrten mit draußen und vernähe am anfang nicht sondern lass es einfach offen stecke jetzt stecke jetzt praktisch die nadel in die in die briefecke ein also praktisch hier kann man sehen ich glaube ja und dann fange ich an zu nehmen so nehmen auch die nadeln jetzt so weit weg da jetzt will er natürlich wieder doch vernähen wir werden gleich sehen ob das ergebnis mir gefällt ansonsten kann man immer noch ein pünktchen auftrennen und dann den faden hinterher nach innen ziehen um da den faden zu vernähen hier mache ich jetzt den fuß ganz kleines bisschen hoch damit er auch über die über die kante drüber näht weil ich möchte da auch wieder genau bis in die briefecke rein nähen praktisch in diese schräge falte gucken wir schnell auch mal die andere seite seht ihr da ist so einen ganz kleinen schlinger den kann man aber wieder auftrennen die kür bei so einem karo ist natürlich wenn man die karos ganz genau hinterher aufeinander hat aber ich weiß nicht so genau wie der stoff gelebt ist und da kann es auch schon mal passieren dass da die karos sich ein bisschen durch waschen oder so verzogen haben von daher gesehen wenn ich da heute meine ich bleibt sicher als der papst so ab und zu kann ich es auch mal lassen aber wie viel ihr durchgehen lassen möchte oder nicht das müsst ihr selber wissen und ihr seht an manchen an manchen seiten ist das karo einfach viel viel schöner als auf der anderen seite wenn man jetzt kein karo nimmt dann sieht man das halt auch nicht beziehungsweise da hat man ein bisschen mehr freiheit so jetzt bin ich wieder genau in der ecke gelandet mache einfach das füßchen hoch und auch die nadel hoch und ziehe jetzt einfach den faden weg schneiden hier an der seite ab und dann kann man das innen drin vernähen mir hat jemand gesagt ich sollte ein bisschen höher halten das kann man von der seite ganz schlecht sehen ich zeige es jetzt gleich noch mal auf der anderen seite am tisch ich zeige euch jetzt das ergebnis von unserem ersten tischset was wir gerade genäht haben die langen fäden sind noch draußen ich würde auch da vorne diese eine kleine ecke da würde ich noch diese kleine schlinge rausnehmen und dann würde ich hingehen und die fäden nach innen ziehen und hier unten drunter vernähen damit das gar nicht mehr sichtbar ist ihr könnt euch die briefe ecken jetzt noch mal angucken ich finde die sind sehr schön geglückt es liegt schön flach auf da ist nichts geknubbelt unten drunter und das ist das was ich so besonders schön finde an den briefecken so und von außen es ist auch gut die nähte sind nicht ganz genau auf den karos das liegt aber ganz einfach daran dass der stoff schon ein paar mal gewaschen ist und verzogen sich ein bisschen verzogen hat beim bügeln das kann ich jetzt aber in dem fall einfach mal tolerieren wenn ihr hingeht und einen anderen stoff nehmt also einen nicht karierten stoff dann geht ihr einfach hin und messt euch die seiten gut ab knickt euch das gut um bügelt das schön fest und dann funktioniert das auch wunderbar jetzt kommen wir zur dritten briefecke dazu bin ich hingegangen und habe mir auch ein stück stoff geschnitten 37 x 47 cm ungefähr ich habe mich da so ein bisschen nach den karos gerichtet ich wollte immer die grünen karos alle außen haben damit ich es ein bisschen einfacher habe und zum einstieg gehen wir jetzt einfach hin und machen eine einen diagonalen überschlag das heißt ich lege jetzt den stoff übereinander diagonal mit der spitze nach in die ecke und dann gehe ich hin und sage ich möchte meinen rand 3,5 zentimeter haben 3,5 ist das ende von dem pinken quadrat hier beziehungsweise hier an der seite das heißt an der stelle muss ich jetzt dieses teil umknicken so möglichst genau so und dann gehe ich hin und stecke das fest das ist nummer eins wenn das jetzt gleich auf allen ecken gemacht ist gehe ich an die nähmaschine und nähe genau hier diese ecke einmal ab so dass man praktisch hinterher dann auch wieder den den überschüssigen stoff wegschneidet und einfach das ganze umknicken kann jetzt machen wir das an der zweiten ecke auch jetzt hoffe ich dass ich das jetzt auch richtig bei beiden seiten mache das könnte schlecht gehen manchmal habe ich einen knoten es ist ein bisschen warm heute also bitte verzeiht mir wenn ich da jetzt ein bisschen gehirnschmalz brauche so ich nehme jetzt immer mal dieselbe seite auch hier wieder 3,5 das ist wieder die pinke ecke und dann schlage ich bis zur pinken ecke hier einfach um und stecke mir das wieder fest und jetzt kontrolliere ich mal ob ich beide ecken gleich umgeschlagen habe das sieht gut aus so dritte ecke es ist im grunde genommen immer das gleiche prozedere aber damit ich gleich das in einem rutsch an der nähmaschine nähen kann möchte ich die jetzt gleich alle zusammenstecken und dann haben wir es ein bisschen dann können wir mal alle drei ecken uns angucken oder beziehungsweise alle vier entschuldigung so wieder die pinke ecke hier unten so und die letzte das ist wieder die kleine ecke in pink hier unten und schön aufeinander legen und das ist eine technik finde ich da muss man nicht so furchtbar viel nachdenken sondern einfach nur ein bisschen messen jetzt gehen wir in die nähmaschine und dann zeige ich euch wie es weitergeht an der nähmaschine angekommen seht ihr dass ich noch den langen faden von eben drin habe das ist aber nicht so schlimm ich werde jetzt einstellen dass die maschine am anfang vernäht weil jetzt in dem falle das sehr praktisch ist ist auch eingestellt wunderbar habe ich eben nicht gemerkt ich habe den kanten steppfuß drin gelassen aber ihr könnt es auch ganz genau mit einem normalen fuß machen und praktisch genau hier an der hier an der linie entlang die nähnadel laufen lassen ich nähe jetzt ganz dicht ganz dicht hier an dieser kante entlang ich glaube ich nehme für das nächste mal einfach mal den normalen fuß damit ihr den unterschied seht jetzt gehen wir zwei schritte zurück und nehme das mal runter ihr seht ich habe hier oben etwas drüber genäht da muss ich jetzt gleich noch mal ein bisschen trennen damit möchte ich euch aber jetzt nicht langweilen sondern ich nähe jetzt einfach das nächste mal mit einem normalen fuß und dann nehme ich auch gerne wieder den klarsicht fuß weil ich dann ein bisschen besser sehen kann wo ich her nähe so da gehen wir weiter mit dem teil hier und ich hoffe dass ihr sehen könnt dass ich hier diese rote linie genau an der kante entlang führe und dann kann man das auch sehr gut nähen jetzt vernäht sie wahrscheinlich auch das hat sie nämlich eben nicht getan weil ich vorher auch nicht zum schluss vernäht habe man kann sich ja wirklich an sowas gewöhnen so einmal gucken ja der eine Faden den schneide ich gleich ab das ist nicht so schlimm so da sieht man wie ich das quer genäht habe ich habe von oben jetzt noch mal ein bisschen dicht angemacht ich hoffe dass man genug sehen kann und so wird jetzt jede Ecke abgenäht genau ich drehe jetzt mal eine um das sieht doch gut aus jetzt noch eine Ecke oder habe ich schon eine ne eine habe ich noch also ihr könnt euch selber einen Gefallen tun indem ihr möglichst die Nadeln so steckt dass ihr euch nicht beim Nähen behindern ich hatte jetzt gerade die dicke Nadel so ein bisschen doof gesteckt da wollte dann der Transporter nicht drüber jetzt gehe ich nochmal gerade ein bisschen zurück das hat genäht das hat genäht auch wenn es ein bisschen krünkelig aussah so bis gleich am Tisch so die kleine Ecke von eben habe ich noch aufgetrennt und nochmal nachgenäht und jetzt haben wir hier so ein Teil mit so vier Ecken so wie wir das auch gerne haben wollten und jetzt gehen wir einfach hin und schneiden auch da die Ecken wieder weg bisschen näher hier vorne und dann können wir hingehen und die einfach umdrehen welche der Briefecken ihr gerne nähen möchtet das überlasse ich euch natürlich ich habe euch jetzt drei Möglichkeiten gezeigt wie es funktioniert ihr müsst das auch nicht so machen wie ich es tue aber ich würde mich sehr freuen wenn ich mal irgendwann in einem Album in der Family sehen würde welche Briefecken ihr wo genäht habt so jetzt drehen wir das gerade um und dann nehme ich jetzt auch wieder den Kugelschreiber gerade und fülle mir die Ecken aus und dann würde ich hingehen normalerweise würde ich das bügel und dann einfach nochmal rundum absteppen und diesmal würde ich es dann von außen absteppen weil ich das in dem Falle schöner finde so ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und ihr könntet etwas mitnehmen für euch und ich freue mich wie gesagt auf eine Umsetzung von euch habt eine gute Zeit bis demnächst Tschüss Tschüss